Hallo, ich bin die Bazzi. Wir sind hier von Dance Remade im Mono-Greis-Gefakt in Wien im Namen von Simpacet & Friends und gemeinsam mit der Sozial-Innovation von Wien. Und wir machen heute hier in diesem wunderschönen und verriegenden Park einen Tanz mit den Passanten. Ich stelle euch die Tanzer vor. Ich bin die Camilla. Ich bin die Kirin. Ich bin die Marge. Und gemeinsam... Let's make it dance! Erst wenn ich die Bewegung von dir nehme und das als Erste. So, mit den Knien auch. Ja? Okay. Dann ist das meine Bewegung Nummer eins. Oder schneller... Blaubeer. Blaubeer. So, vielleicht mache ich noch Erdbeer. Und dann mache ich noch Blaubeer. Und mich ganz klein. Oder vielleicht machen wir es... Oh, das finde ich toll! Okay, vielleicht springe ich und mache ich mich klein. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it again. Shake it. Shake it. I like it. It's cool. Let's say that's Vienna. That's you. And you arrived in Vienna. And there you're searching for a Thai Box Club. Is this good? Okay. Und so. So, jetzt hier ein kleines Helmet. Dann einen Sicherheitsgürtel. Hallo. Ich heiße Camilla. Und ich habe heute mit Franz geredet. Zum Frühstück presst er ganz langsam zwei Augen. Hallo. Ich bin Maxi. Und ich habe mit Jeff gesprochen. Und er hat mir von seinen Honig-Tippen gelernt. Hallo. Ich bin die Marcia. Und ich habe heute mit Julius, Sevi, Masa und Max gesprochen. Und das Frühstück von denen war sehr lecker. Hallo. Ich bin der Kirin. Und ich habe mit dem Marius, dem Inan und dem Volkan gesprochen. Und die haben mir von ihrem perfekten Tag erzählt. Und meistens stehen sie auf mit zwei wunderschönen Frauen auf ihrer Seite. Und ich habe mit dem Zeitpunkt besuchen Sie ein wenig Spann. Und dann zwei Weine, die Weltkriege hat mich gedrept. Und da ist ein wenig Spann. Und dann mit einer Seite. Und dann mit einer Seite. Und ich habe auch wieder so viel gesprochen und die hat mir davon erzählt, wie sie als Tracker in die Erde gepflanzt worden ist. Ich habe mit Faridina und Dionysius gesprochen und sie sind hierher ganz schnell mit dem Fahrer gefahren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020